Ja genau, nein, nein, schon wieder das Ding, einfach, man verschwindet einfach, nein, einfach! Ah, die Mehltonne, die Mehltonne Leute, die Mehltonne! Ich bin im Mehl, jawollo! Ah, hallo, liebe Seid, willkommen jetzt zu einem weißen Metal-GTA-Online-Action, heute mit einem Stückchen Zucker für euch in einer Community, zu Fuß.com-Map, zusammen mit, ihr habt das gehört, Dena, Deko und Marbossa, halli, hallo! Hallo zusammen, geht's euch gut? Das heißt, wir laufen heute zu Fuß in den Zuschauer-Map, wo man zu Fuß laufen soll, ja? So ist es, wir sind uns nicht ganz sicher, ihr habt 16%, also das wird auch schwierig, aber man muss auch sagen, da steht auch keine Übersetzung. Ich will jetzt, danke lieber Franz, der Franz Kuh hat das gemacht. Das ist eine Asian-Zuschauer-Map, oder wie, wenn er keine Übersetzung steht? Ja genau, ich will dir nicht unterstellen, dass du die geklaut hast, aber... Du brauchst eine Mandarintastatur, ne? Genau, du brauchst eine Mandarintastatur, ich hoffe, die hast du! So, absteigen, Franz, und abschlutschen! Was, ich bin im Kreis gefahren! Steigen Sie ab, muchachos! Wie willst du da rüberkommen? Was? Alle hinten! Was, geht das? Los geht's! Hä, was, ne? Achso, und Alazu-Fußparcours-Map, man darf nur schlagen! Mann! Nein! Lol! Au! Deco hat mich zusammengeknüpft, aber man durfte nicht schlagen! Alter, wie soll ich das denn schaffen? Deco wird ins Guild! Nn, lol! Achso, ja komm mal hoch noch! Alter, wie soll... Alter! Ist das geil! Oh Mann! Nein! Ich sterbe! Ja, da bin ich auch untergefallen davon! Was ist das denn? Oh shit! Eieiei, Leute, das ist echt nicht easy! Nein! Ah! Oh Deco, ich hab dich reingedrückt, wirklich! Ja! Wieso hatte da einer von euch... Was? Nein! Jetzt weg! Warum hatte einer von euch einen Fallschirm? Ah! Das ist doch ein bisschen... Das ist nicht ganz so richtig! Ich hab auch einen Fallschirm, aber ist egal! Alter, hauptsächlich vorne hier unten! Ja, war ich ganz am Anfang auch! Alter, aber die ist gar nicht so leicht! Die ist gar nicht so leicht, ne? Deswegen hast du ja wahrscheinlich 16 Prozent, ne? Nein! Ganz ehrlich, aber endlich mal wieder zum Fußparkour! Wie lange ist das bitte her? So geil, muchachos! Oh nein! Bleib liegen! Nein! Falls ihr euch irgendwie... Falls ihr Bock habt, euch irgendwie an ein Match zu setzen, dann auf jeden Fall... Ohhhh! Nein! Ich fahr jedes Mal in das scheiß Loch hier rein! Das kann nicht wahr sein, Leute! Wirklich gar nicht wahr sein! Kann das! Au! Das muss weh gedauern. Ey, was macht man da? Hat einer schon den ersten Punkt? Nein! Nein! Es ist der Wahnsinn! Es ist einfach nur geil! Ja, so geil ist auch nicht, ne? Nein! Achso! Und deswegen, guck mal, zum Testen hat er da so eine Rampe aufgestellt, deswegen hat sie auch so wenig Prozente. Guck, man kann direkt in die Punkte reinfliegen. Mit dem Motorrad von wegen. So! Mogel-Dinner, ne? Hat er Schnick gemacht, ne? Mogel-Dinner könnte ich das machen. Von meiner Bock hätte. Nein, ey! Oh! Ich hab sogar nur die Taste gedrückt, dass er nicht sprintet. Ey! Ey! Warte ganz kurz! Was? Man kann nicht springen und man kann nicht gehen. Nein! Das bedeutet, man muss wohl sprinten. Okay, jetzt heißt verstanden. Oh, da lag ne Leiche. Oh! Ey! Nein! Es ist so ein verrückt werden, aber es ist auch nur wieder mega geil. Das war so genug, wie glaubt! Aber ich kenn jetzt, ich kenn jetzt El Trico. El Trico, was ist, was ist El Trico? Verrats, verrats, verrats. El Trico, erst mal, am besten du hast ne Waffe in der Hand, weil dann kannst du zielen, kannst du ein bisschen nach hinten gehen, kannst du positionieren. Genau. Okay. Und vor allem hat Marvin, glaub ich, die Rolle gemacht. Waffe in der Hand. Ey, willst du mich verarschen oder was? Runter mit dir! Vielleicht mal ins Gesicht. Jetzt gibts erstmal vorn hin, Alter! Ey! Alter! Was soll das denn? Homerun, Alter! Der hat keine Pistole! Weckgeknackt! Oh, ein kleiner Schummler schon wieder, was macht der da? Nein, du hast mich weggehauen, deswegen! Arsch, ey! Au! Warum lauf jetzt? So, Jungs! Dener, dener, dener! Ey, warum macht er das jedes Mal? Ey, da bewegt sich echt manchmal so Käse-Mese. Hä? Ja, haben wir! Eins, bin ich unten gespawnt? Wie bin da, du sagst denn? Ja, ich bin auch schon so unten gespawnt. Hier hin und jetzt springen! Huch! Was macht man denn da? Nein! Ey, wenn ich da einmal reinkomme, das, das, dann hat man's! Dann hat man's! Das ist die Schwierigkeit! Hey, wenn man wo reinkommt? Da! Da! Ja, aber wie? Man muss in den Abfalleimer? Wie kommt man denn in den Abfalleimer rein, bitte? Du musst da... Wieso ist der Zuton? Vielleicht springen, Leute. Vielleicht genau, ich stehe jetzt da, okay. Vielleicht schon der... Oh, tschüss! Vielleicht genau die Position springen, Leute! Ja, echt? Nein! Mann! Ich war so weit! Ich kann fliegen, Leute! Ich kann fliegen! Ich kann fliegen! Wollen! Ich kann da auf dem dritten und dann einfach zweimal hintereinander springen! Dann hast du's! Also hier! Hopp! Hopp! Allein das mit der Waffe ist schon so ne gute Sache, wenn man so rückwärts gehen kann! Ja! Ja! Marvin ist in der Mülltonne! Was? Er ist in der Mülltonne? Oh! Der fällt da! Hä? Ich liege auch in der Mülltonne! Hä? Hä? Was passiert beim Abbaser bei mir? Du bist in den Bus geschoben! Wie ging das? Hey, fliegt richtig komisch weg, alle, ey! Nein! Ich bin in ne gute Laune, ey! Ey, jetzt bin ich über... Ich hab mich ger... Das letzte Ding ist rollen in die Mülltonne, oder? Nee, ich bin einfach nur rüber gegangen! Du musst halt langsam gehen! Ja, genau! Nein, schon wieder das Ding, ey! Einfach, man verschwindet einfach... Nein! Immer! Ah! Mülltonne, Mülltonne, Leute! Mülltonne! Ich bin im Müll! Jawollo! Aber ganz ehrlich, ich hab bisher noch nicht... Was? Was? Was war das denn jetzt? Ich bin gestolpert aus dem Müllraus! Ist doch nicht wahr! Und ich hab meine Frisur zerstört schon... Leute, ich war grad eben beim Friseur... Hey, du wirst du schnell! Ich muss ja noch mal ein bisschen hier durchgehen, glaube ich, ja? Das ist ja auch noch ein bisschen durcheinander, alles hier. Warte, so einfach gehen und... Hopp! Oh, ich muss noch nicht spawnen! Entschuldigung, Leute, ja? Kurde Beauty-Teil hier! Nein, Alter, warte, warte! Mit dem Sprung! Ja! Los! Ich bin rüber! Wer schießt da und warum? Schießt keiner! Hey, hey! Ich hab aber einen Schuss gehört! Ich hab doch Sneaken gedicht! Ey, du hast aber auch echt ne knallharte Map hier direkt gemacht! Die ist geil! Ganz ehrlich, ohne dass wir den Druck untereinander hätten, würde das nach fünf Versuchen hat man's! Haben wir denn untereinander Druck? Oh! Oh Gott, oh Gott! Ich seh' dich! Neee! Ey! Ich hab doch gesagt, wenn du nur in den Mülleimer kommst, hier du kannst auf der Tastatur STRG drücken, dann kommst du in den Schleichen-Modus. Und dann? Einfach nur gerade ausschleichen, das war's! Du springst die ersten beiden rüber, hopp! Und fällst in die Lücke! Ich hätte es wirklich schleichen! Alles klar, Katz! Das scheint gut zu funktionieren! Was? Spring! Jetzt hier einfach runter! Richtig Legendary Eyes! Jassau! Da bin ich noch nie runtergefallen! Schleichen wir richtig! Was? Ich stand nicht richtig! Loll! Oh Mann! Es ist einfach geklappt! Ey! Ich wurde runtergedrückt! Es hat geklappt? Einfach nur rüber schleichen, ne? Ist ja wirklich riesengleicher! Echt? Huh! Oh! Okay, okay! Von einem zum nächsten Schleichen! Deko der Boss! Deko der Boss! Oh Deko! Ich seh's! Deko, du bist gut unterwegs! Oh! Oh! Hat schon irgendjemand den Boss geschaffen? Ne, ne? Oh, mein Wasser! Oh, schade! Oh! Okay, aber ganz ehrlich, Kev! Ey, Kev! Warte, warte! Super Trick, Mick! Nice one, Dena! Ich hab doch gar nichts getan! Ja? Dena, brauch mal so lange! Dena, du musst da nicht zielen! Wieso lässt sich von anderen verarschen? Du warst überhaupt scheiße! Richtig easy! Einfach nur zielen! Ja, ich war schon in der Mülltonne, verdammt! Zwei zielen und springen! Und dann... Easy! Ja! So! Mülltonne! Für jeden Scheiß gibt's hier nen Trick! Herr, und wie ist das mit dem Sneaken? Na! Ja, oh! Warte, lass mich! Ah! Sneaken und geradeaus! Hopp! Sneaken und geradeaus? Ja! Ja! Was, der hat's geschafft! Deko hat den Punkt! Jetzt fang ich an, euch abzuschießen! Nein! Nein! Das ist eine schlechte Idee! Du darfst Dena abschießen! Er hat mich fälschlicherweise einmal getötet! Nein! Du hast mich angefangen zu hauen! Und dann hab ich... Hab ich nur... Ja! Ja! So! Ey, Dena, wieso mogelst du jetzt schon wieder? Nein, ich mogel nicht! Ich hab nur geguckt, ob das geht! Nein! Ich hab nicht! Ich bin wieder hier! Alles gut! Aber... Du drückst das STRG! Du drückst das einmal! Dann wechselt er zwischen dem... Nein! Los! Kev! Oh! Alter, Kev! Das war knapp! Chef! Kev! Was denn? Haben sie da gerade sheeten wollen? Hey, ich fahr doch in dem Müllsack, du Chaco! Den Müllsack! Da kannst du doch hin! Nein! Hast du das nicht gesehen, Junge? Du musst einfach hier! Nein! Geh sie weiter! Hey! Nicht mich runterschubsen! Geh! Einmal sneaken und geradeaus! Alter, Kev! Sneaken und geradeaus! Was? Ich hab auch meine Taktik, wie ich da reinkomme! Und der vertraue ich mehr als Kev! Oh, lol! Also, ich muss sagen, Kevs Taktik mit dem einfach Raubsneaken... Ja, das ist... Die war übelst easy, aber ich bin grad so doof! Ich stehe da schon zum vierten Mal auf diesem Ding und ich spring einfach vorbei! Ich mach aber auch nur einen Fehler nach dem anderen! Oh! Mann, beim ersten Mal es funktioniert nicht genau, von da abzuspringen! Das ist ja der Reiz, der zu Fußparcours-Map, ne? Was ist der Reiz da, Mann? Das ist doch richtig rant! Man muss halt wirklich eine Taktik haben! Rolle springt... Also, Leute, ich könnte jetzt einfach hier reinspringen, hätte den Punkt, aber der Parcours geht eigentlich noch außen rum! Ja, das ist genauso wie am letzten Punkt! Du musst halt zu Fuß gehen, ne? Alles! Nein! Wie macht man die Rolle? Wie macht man die Rolle? Und jetzt werde ich hier schon wieder verrückt! Wie macht man die fucking Rolle? Ich schieße hier in die Luftwärmung! Ziele und Leertaste! Ziele und Leertaste! Zielen und Spring drücken! Alles klar, zielen und spring, Leute! Wir springen immer unten! Immer! Wir probieren das dann schonmal! Oh, was macht meiner da? So, muchachos! Jetzt ist hier... Aber... Ende Gelände! Was macht er da? Wieso? Ey, guck mal, wie meiner sich bewegt, Alter! Mach mich verarschen, ne? Ey, Hauptsache aus dem Müll, da dampft es! Was ist da drin alles? Echt? Ja, Entschuldigung, das war... Ich hatte ein bisschen Angst und dann war ich da drin und dann... Ja, gut! Nein! Ey, was macht meiner da, ne? Ey, ganz ehrlich, es ist so wie bei diesen elektrischen Teilen! Manchmal... Du wirst dann einfach weggepackt von diesen komischen Kästen! So! Also! Jemand soll hier lang gehen! Ich hasse diese scheiß Steuerung, Alter! Man kann hier richtig krass cheaten, ne? Ja, ja, das ist ja nur damit... Aber ich gebe da runter und gehe den Weg durch die Busse und nicht... So! Den Cheater, scheiße! Marvin hat's auch, ey! Ja! Gibt's hier mal hier Ego-Perspektive! Oh nein! Marvin, hast du Rollen gemacht? Nein, ich hab's nicht geschafft, ey! Ich hab's vom Bus nicht auf die Plattform geschafft! Was? Ey! Oh, behindert war das! Aber ich weiß jetzt hundertprozentig, wie's geht! Ey, Marvin, hast du die Rollen gemacht oder bist du gesprungen? Also, erste... Also, hier erstmal nochmal Rollen... Nee, ich meine auf den... Plattform vor dem... halben Bus... Die erste springst du und dann nur noch Rollen! Ja, weil meiner springt die... Ah, das habe ich genau falsch gemacht! Wie, äh... Mal, Bastard, wie kommst du jetzt hier rauf von... 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 Ich bin auf den Mülltonnen, ne? Ich zeig dir das! Ich bin hinter dir! Ich zeig dir das! Hier, Deena, guck nach hinten! Siehst du? Ja, seh ich! Hier, rollst du, ganz easy! Ja, da bin ich... Geh ich... Oh! Ich gucke ich sneaken, siehst du? Er sneakt! Und ich lauf einfach nur geradeaus! Er landet mit dem Kopf in der Mülltonne! Hä? Okay, guck hier! Dann zielst du, warte, sonst drückst du mich runter! Warte, so! Gehst halt hier so hin! Springst den ersten! Okay! Leute, jetzt fällt er runter! Ja! Okay, ich sneak einfach nur und lauf drauf zu! Genau! Einfach nur geradeaus laufen! Dann fall ich! Oh Gott! Knapp! Ganz knapp! Also bist du gesneakt oder gelaufen? Bin gesneakt! Ja gut, dann ist ja richtig! Ey, dass ich die ganze Zeit unten spawne, das ist so nerf! Weil ich den ganzen hässlichen Punkt nicht kriege, ne? Ja, Kev! Und wenn du aus der Mülltonne bekommst, dann aufs nächste? Genau! Einfach geradeaus drücken und einmal springen! Und dann nichts drücken! Nach vorne und springen! Dass ich es schon geschafft habe, aber nicht... Jetzt stehen bleiben! Ich bin stehen geblieben! Ja, ist richtig! Und jetzt machst du die Rolle! Ey! Zielen und springen! Ich verliere, so geht es nicht! Ah! Ja, genau! Und jetzt musst du rüberspringen! Oder Rolle! Oh Gott, Leute! Oh Gott! Springen oder Rolle? Marvin, was? Dann hast du es Rolle! Ach nee! Darüber springen! Darüber springen! Okay! Dann hast du es! So! So! Sprung! Nein! Ich bin gegen den Bus gesprungen und runtergefallen! Das ist nicht wahr! Wenn man da verkacken kann! Ey Marvin! Soll ich jetzt hier springen oder? Alter! Alter! Fall springen! Alter! Ich bin im Bus! Ich bin eben endlich! Alter! Alle haben von meinen Tipps profitiert! Warte! Ich kann mich... Nein! Ja! Was ist das denn jetzt für ein Punkt, Alter! Okay, Dena! Du darfst! Was los! Wieso bin ich gegen den Bus gesprungen? Manchmal ist das so! Wie gesagt, das glitscht so ein bisschen hin und her! Ich bin ja auch jetzt! Ich bin jetzt nicht zu früh oder zu spät abgesprungen! Nein! Obwohl ich es ja wusste, habe ich jetzt ja auch sechs Versuche gebraucht insgesamt! Okay! Mal so, mal so halt! Nein! Ey! So! Deko! Wie komme ich an diesem komischen umgekippten Futterwagen vorbei? An was? Futterwagen? Loll! Oh! Ich könnte da vorbeilaufen! Cool! So! Äh! Soll ich jetzt wieder zu Fuß gehen? Zum Fahrrad? An dem Motorrad fahren? Ja! Ich bin wieder hier! Ne! Immer zu Fuß! Aber hier ist es gerade nix! Parcours! Es ist nur Straße lang laufen! Und fahr! Bist du ganz unten schon? Ja! Ich bin schon auf der Straße! Oh! Oh Gott! Es ist echt so scheiße, dass man da immer wieder runterfällt! Jungs! Schaut mal wo ich bin! Marvin! Hier könnte ich jetzt in die Plattform reinspringen! Und den Punkt holen! Ja! Vielleicht was hier! Jungs! Marvin und Dena! Das geht an euch! Wir nehmen den äußeren Weg! Deko! Der Fuß! Oh! Krass! Deko hat's geschafft! Alter Schwede! Gubbel Gubbel hier! Und ich hab's! Nice! Nächster Punkt! Also erst war ich der Schwerste! Jetzt, wenn man sich drauf eingestellt hat! Ja! Mal keff zu, ob er cheatet! Ne! Wieso! Ne! Wieso! Wo muss ich denn langen? Ist Deko schon im Ziel oder was? Warum? Warum fällt die... Das find ich scheiße! Muss ich ja sagen! Lol! Hast du's gesehen? Ja, aber eigentlich... Also ich bin dann nirgendwo runtergefallen! Ich bin immer... Durch das Loch! Lol! Guck mal wie ich spawne! Ich bin... Lol! Ich hätte es! Eine! Die überfallen mich nicht, Mister! Lol! Ich bin aber in diesem hässlichen... Mit dem Motorrad sogar noch drinnen gespawnt, ne? Ey! Geschafft, Leute! Easy peasy! Da oben ist gerade auf diesem scheiß Motorrad! Ich konnte da nicht aufsteigen! Du musst von der Seite aufsteigen! Dener hat es auch! Dener hat es! Ja, aber hallo! Autsch! Mann! Du kannst einfach von hier unten aus da hoch gehen! Wie von da... Also wo soll ich lang? Rechts oder... Geradeaus? Nicht auf den Bus... Nicht auf den Bussen! Und drinnen! Achso! Ich dachte, das hast du gerade gesagt! Ja gut, dann rein! Auf den Bus! Und dann auf den Bus! Nein, drinnen! Das habe ich auch gesagt! Jetzt lang geradeaus? Man könnte jetzt einfach cheaten, einfach über die Büsse laufen! Aber er wäre zu einfach! Deswegen bin ich reingegangen! Hä? Das ist ja extra so Lüsche, damit es schwerer ist! Oh lol! Ohne Witz! Ja, stimmt! Man muss in! Man muss in den Bussen gehen, Marvin! Und da ist nochmal ein richtiger Nuchfilter überall! Nuchfilter? Ja, weil das Ding ist nach... Was ist das hier, Mann? Ich weiß nicht, wo ich hin muss! Du musst rechts bei den Büschen! Was? Aber du fällst halt durch die Lücken manchmal! Hä? Ich sehe! Wo bin ich denn? Ich habe manchmal Ego-Perspektive benutzt, ne? Bei dem Punkt! Was? Mogel, Peter! Kein Wunder das erste war! Hä? Ich habe keine Ahnung! Äh, Marbossa, der Noob wurde ausgefiltert! Nein! Also müssen wir uns rechts halten, ja? Was muss ich jetzt? Wo ist ein Gap? Achso, jetzt! Hier bin ich auch hoch gegangen! Hier, hier kann ich ja nur hoch! Jetzt fuhre rein! Ah, es brennt hier! Ah, es brennt! Wo ist der Punkt? Ah, ich habe den Punkt! Ah, ich brenne! Weh, ich bekomme den Punkt jetzt nicht! Alter! Aber ich glaube, ich habe den Punkt jetzt schon, Leute! Nein! Ich habe den Zecker rausgefunden, wie man nicht reinfällt! Ich muss eine Rolle machen, Marvin! Warum brennt es hier, Leute? Warum? Das könnt ihr doch nicht machen! Das soll ich nicht rausrollen! Er soll hier hochklettern! Nein! Nein! Hör auf zu zielen, wenn du springst! Achso! Ja, stimmt! Ich fühle mich schon wie so klettert, Henny Joost! Ich habe ihn geforscht, um zu machen! Und jetzt will ich sehen, dass du die komplette Mülltonne alles runtergehst, ohne runterzufallen! Weil du hast den Punkt jetzt schon gleich... Nein! Nein! Hä? Ich verstehe den Punkt nicht einfach null! Oh, lol! Okay, Käfer verkackt! Das Ding ist, du kannst nicht... Kann ich denn auch still in diesem Pizzalad drin? Nein! Du hast nur einen Try dafür! Oh, lol! Ja, das ist ja echt schwierig, wenn man nur einen Try hat! Ich kann hier wieder hochklettern! Deko, schau mal ganz gut bei mir aus! Warte, ich kletter hier wieder hoch! Nein, nicht da hoch! Hier rein! Aber ich weiß nicht, wie es da geht! Okay, ich lauf weiter! So, wo ist Marvin jetzt? Ist egal, ich lauf weiter! Ach nee, das ist Dena! Geile Map, Alter, wirklich! Ich sehe nichts, wo bin ich denn? Nein! Ja, das ist richtig! Marvin, ja! Ja, ich sehe es aber nicht, wo ich bin! Marvin, jetzt musst du hoch! Du kommst nicht mehr unten rein! So eine Forelle, dieser Typ! Hoch und dann durch das Loch wieder nach unten! Ja, wenn ich nichts sehe, kann ich da nicht rein, Leute! Und jetzt weiter in den Bussen! Ja! So, Dena! So, Dena! Dena geht einfach oben rüber! Na, ich konnte nichts für, dass ich oben bin! Ich konnte unten nichts sehen! Ja, deswegen... Das war auch der Portura! Kleiner Hacker! Ich geh... Kleiner Hacker! Ich weiße, wenn man nichts sehen kann! Nein! Den letzten Sprung war kackig! Ah! Ah! Hast du was gesehen, Deko? Nee, ich war leider gerade... Ich hatte die perfekte Taktik! Hallhoooch! Okay, Leute, weiter geht's, weiter geht's! Ah! Guck hier! Meine Taktik! Komm! Auf, lauf, 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 lauf! Der größte Bomb ist Todes, yo! Hop! Marvin hätte noch rüber geholfen! Ey, Vorsicht! Guck dir das an! Ich kann nichts! Hauptsache, der hat dich die ganze Zeit anvisiert und ich konnte es nicht mehr! Haha, nice! Bildsprung einmal verkackt! Das ist die Strafe fürs Treuen, Marvin! Ja, geschafft! Und das TVP hier! Nice! Und jetzt respawn und runter, oder was? Nee, nee, direkt runter! Spring! Jump! Und einfach nur fallen lassen! Wuh! Und jetzt musst du respawnen! Oder du schaffst es jetzt rüber... Komm schon! Ich falle rein! Schaff ich! Ey, das ist gar nicht so schwer, man! Gar nicht so schwer, man! Fass! 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 Du kriegst von mir 10 Hogwarts-Dollar, wenn du's schaffst... Wenn du's schaffst, beide Punkte... Lol! Ich hab den Punkt nicht gekriegt! Oh! Der kriegt beide Punkte! Warte! Nein, kriegst du nicht! Nein! Fuck! Habt ihr beide den Punkt da oben schon? Nein, man kriegt den Punkt auf dem Haus nicht! Doch, kriegt man! Nein! Ich falle runter, ich falle dann vorbei! Ich auch! Ja, musst du lenken in der Luft, ne? Ach, da auf dem... Nee, ich kann auch gar nicht! Oder? Doch, kannst du! Ach so! Ich gebe euch jetzt den Tipp, wie ihr die Luft lenken könnt, wenn ihr euch nach hinten nehmt, wie weit sprungen! Bitte! Aber das Motorrad in die Richtung ausgerichtet ist... Hä, wieso Motorrad? Das ist ein Fußgängerparcours, kein Motorradparcours! Ja, hier müssen wir runterfallen tatsächlich! Ey, du hast recht! Das ist ja richtig psychisch! Ja! Ja! Ab hier perst du hier! Ich bin wieder! So, Marvin hat's, würde ich sagen! Bin auch schon unten! Und jetzt ist... Einmal probier ich hier noch! Und jetzt ist... Motorradfahren! Oh oh! Nein, Fußgängerparcours! Kein Motorradparcours! Cheater! Cheater! Ich gehe zu Fuß! Warum zu Fußparcours? Das ist... Hier ist einfach nur Straße geradeaus, relativ weit! Ne? Du musst nur Straße langfahren! Uhuh! Fahren! Es ist ein Fußgängerparcours! Gerne! Gehen wir auch zu Fuß ins Ziel! Krasse Sache, Alter! Stopp noch nicht ins Ziel! Der... Parcours war echt... Fresh Medic! Stopp noch! Ich hab's auch fast! Ich hab's verheißelt, Alter! Oh Gott! Endlich! Okay! So, Leute! Mal gucken, wo Dena kommt! Ich bin hier oben! Achso! Du kommst doch gar nicht! Fast! Ich spring grad runter! Ich spring grad runter! Und... Go! Dena! Rüberfallen! Rüberfallen! Ich feier! Ich feier! Ich feier! Mach! Schade! Wo spawn ich jetzt neu, wenn ich jetzt in der Luft spawne? Nein! Nein! Alter! Wo spawn ich jetzt? Ich kann nichts dafür! Jetzt bin ich nach 10 und zum Punkt gucken! Wheelie! 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 Falsche Richtung! Ich hab's für ein Steamy-Menü geöffnet! Shit! Okay, ich weiß wie! Ich weiß wie! Ich weiß wie! Wheelie! Hey! Was ist da los?! Haha! Dena! Wo bleibst du? Ich kann Marvin nicht mehr! Jede Sekunde! Jede Sekunde! Dritter Versuch! Alle guten Dinge sind drei! Nein! Boah! Zum Glück noch ins Ziel! Was ist das? Schade, Mann! Das wär cool gewesen! Echt krass! Was? Ihr seid schon ins Ziel! Ich musste! Marvin hat getrollt! Was? Was hab ich gar nicht! Nein! Dena! Oh nein! Dena! Ich fand die Map geht so! Ich fand die Map geht so! Ich fand die Map geht so aus dem Grund, dass es zu viel Zufall war am Anfang! Weißt du, man musste so häufig machen! Das war doch gar kein Zufall! Das war Skill! Das war Teil Skill wie du's schaffst, aber dann teilweise hast du's perfekt gemacht und bist trotzdem runtergefallen! Das stimmt! Doch, das stimmt! Das ist richtig geil! Das hat richtig Spaß gemacht! Ich fand die mega cool! Also Däumchen nach oben und bis in drei Tagen, Leute! Bis dann! Ich mach einen Medium Daumen, Leute! Medium Daumen! Medium Daumen! Warte! Enthalten! Escape! Egal, Leute! Es hat aber Spaß gemacht! Wir sehen uns in drei Tagen wieder in der nächsten Folge von GTA Online! Vielen Dank fürs Zuschauen und mach's gut! Ciao! Ciao, ciao! Ciao!